Musik Ja, was soll denn das jetzt? Wie sieht man das nicht? Wir haben doch gesagt, wir dürfen heute grillen. Ich hab gesagt, ich tue grillen. Und du riechst dabei einen Salat her und machst alles so schön. Mein Gott, der Salat steht da. Der ist auch schon abgemacht. Spaghetti im Ofen, der fische Steak, alles fertig. Das ist doch kein Grillen. Das geht ja viel zu schnell. Du nimmst mir den ganzen Spaß am Grillen. Du meinst, du nimmst dir die zwei Halbe weg, die du beim Anheizen schon saufst. Und das schöne Gefühl, dass der Rauch zu dir hinzieht. Egal, wo du dich hinstellst. Und dann deine gescheite Herschmerzerei, dass es so schwierig ist, dass man die richtige Temperatur erreicht. Das verstehst du nicht. Nein, versteh ich nicht. Nein, nein. Kann man dir nicht einmal alles so lassen, wie es immer war? Doch. Eins ist, wie es immer war. Was denn? Durch deine umannten Nörglerei habe ich ganz vergessen, dass ich auf die Würst schaue. Jetzt sind sie verbrennt. Jetzt sind sie, wie es immer sind. Und noch was ist, wie es immer war. Egal, was es ist, immer bin ich schuld. Und wenn du jetzt das neue siehst. Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönraben. 2 2 2 2 3 3